Hallo, ich bin die Emily und ich bin Mitglied bei der Friseurinnung und zwar wollen wir einfach unser Beruf wieder so ein bisschen schmackhaft machen und einfach mal gucken, ob die Leute auch Lust haben, einen schönen Beruf zu lernen. Bordeon hat diese Halbfahrzeuge gekriegt, das heisst, die sind so ausgestattet, dass man Fehler neu schalten kann. Ich bin Mitglied bei der Friseurinnung und der Friseurinnung. Untertitelung des ZDF, 2020